Der Parasit, der Gründer, sieh ihr Politik, das ist doch nicht der Parasit, der schöpferische Mensch fühlt sich mit einem eigenen Urteil der Pflicht. Der Fall, der ist lang verursiert. Der Parasit schiebt mit der Meinung in der Hand. Soll ich das die Geise noch mal halten hier? Soll ich die Geise noch mal halten hier? Ich bin ein von Scheiß, ich bin ein von der Presse, ich bin ein von der Presse, ich bin ein von der Plutokratie. Ich sage nur noch, Bruder, Plutokratie, und hier besteht einiges Leben. Das ist doch ein Unfallschicht. Der Mann ist an die Geise. Wir haben keine Wachstabe dafür. Wir haben keine Wachstabe dafür. Aber was sind wir hier? Das ist noch nicht so aus. Ja, aber warum? Können Sie mal aufhören, den Mann anzufassen? Nein, ich habe nur hier vor. Nein, nein. In jedem Bereich kam es nur auf den Nachdenkern. Dann ist eine Person dabei. Dann war es starke Wachstabe. Das ist nicht so starke Wachstabe. Das ist nicht so. Das ist aber heute mit einer Sparte. Das ist hinter die Oma. Hey, da ist die Ratne. Oma, greift die hier. Entschuldigung, bitte, können Sie den Mann da in Ruhe lassen? Was ist für nie das? Hallo? Nein, hör auf damit. Was ist für Neunmenschlichkeit? Du hörst dich als heiß. Hört auf damit. Hört auf damit! Hört auf damit! Hört auf damit! Was stimmt mit euch nicht? Lasst den Mann in Ruhe! Lasst den Mann in Ruhe! Hört auf damit! Was stimmt mit euch nicht? Lasst den Mann in Ruhe! Er hat sich nicht! Er hat nichts gemacht! Er hat sich so tief reinkommen! Hört auf damit! Lasst den Mann in Ruhe! Lasst den Mann in Ruhe! Der Mann hat sich nicht an! Fass mich nicht an! Dann fass mich nicht an! Der Mann hat nichts gemacht! Lasst den Mann in Ruhe! Hört auf damit! Hört auf damit! Der Mann hat nichts gemacht! Der Typ Kaut hat ihn beleidigt, Mann! Wo seid ihr? In welcher Welt lebt ihr? Hört auf damit! Hört auf damit! Hört auf damit! Der Mann hat nichts gemacht! Der Typ Kaut hat ihn beleidigt! Lass ihn in Ruhe! Lass ihn in Ruhe! Ich bin bald genug entfernt! Lass den Mann in Ruhe! Hört auf! Hört auf! Nein! Nein! Wo ist eure Menschlichkeit geblieben? Das ist eine Schande! Der Typ kam von der Seite und hat sich das Pisser beleidigt! Und dann hat er sich einfach nur gerechtfertigt und ihr kommt und macht diese Aktion? Ihr seid eine Schande für das Land! Ihr macht genauso wie damals! Lass mich in Ruhe! Lass mich! Bloss dich an! Lass mich! Nein! Ich filme! Ja! Peace! Peace! Wohl! Peace! Du machst diese Scheiße mit, Mann! Hört auf damit! Ihr setzt sich an eine rechtmögliche Maßnahme! Nein! Ich mach gar nicht! Ich mach genau das, was ich machen darf! Ich darf filmen! Ihr seid eine Schande! Ihr seid eine Schande! Was soll das werden, wenn das Militär mit euch am Herbst da ist, wenn ihr nicht mehr könnt, weil ihr an der Wende eurer Kräfte seid, Mann! Was ist mit euch schief gelaufen? Habt ihr dafür eure Ausbildung gemacht? Habt ihr es dafür gemacht? Für Menschen, die die Demokratie verteidigen, für Recht und Freiheit auf die Straße gehen? Ihr seid eine Schande! Schande! Allesamt! Du! 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 Ihr alle seid eine Schande! Schämt ihr euch nicht? Schämt ihr euch nicht? Schämt ihr euch nicht? Schande! Hast du dafür deine Ausbildung drei Jahre lang gemacht? Hast du? Hast du? Hast du deine Ausbildung dafür drei Jahre lang gemacht? Schande! Dieser Mann hat nichts anderes getan, als gesagt, was er denkt! Und dann kommt ein hässlicher Passant von der Seite, der sagt, er soll dich verpissen und seinen scheiß Maul halten! Und was macht ihr? Ihr nehmt ihn fest! Du! Schämst du dich eigentlich nicht? Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Ihr solltet euch allesamt schämen und genau das ist genau damals passiert und ihr unterstützt diese Scheiße! Ihr macht genau dasselbe wie die anderen damals! Und ihr merkt das nicht! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch zutiefst! Und ihr denkt, ihr macht Dienst für die Demokratie! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Wirklich! Schämt euch den Grund und Boden! Habt das gehört! Schämt euch! Eines Tages, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, werdet ihr euch alle schämen und eure Eier werden abfallen, weil ihr gar keine habt! Du hast recht nicht deine Scheiße Eierschnecke, Mann! Mach die bloß weg! Ihr kopft mich an! Freund und Helfer für nichts! Für nichts! Schämt euch! Steht da und sagt nichts! Gar nichts! Schämt euch! Die wahren Verbrecher seid ihr, weil ihr genau mitmacht! Ihr macht genau das, was euch gesagt wird! Genau! Ganz genau! Ich hab gestern meine Scheiß-Ausarbeit abgegeben! Und genau darüber hab ich geschrieben! Und genau ihr seid die Loser, die mitmachen! Sind eure Eltern stolz auf euch? Sind sie stolz? Ja, Versammlungseinhümer. Die versuchen, den Herrn zu befreien. Die Kräfte haben es dann nicht zu kraft und zu werden! Befreit! Wissen die warum? Weil er nichts...